Servusle meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde ARK mit dem Voucher und mit eurem Alterle im Extinction DLC, Leute, Folge Nr. 3. Ich freue mich, dass ihr wieder zurück seid. Hier geht es heute weiter mit Absichern, mit Ankommen. Ich habe gedacht, wir machen das jetzt so lange am roten Faden, bis ich so ein bisschen das Gefühl habe, wir sind hier Einheimische. Da kommt immer zweimal eine Melodie nach dem Einloggen. Ich erschrecke jedes Mal bei der zweiten. So Leute, hier haben wir es soweit aufgeräumt. Wir haben ein bisschen Holz, wir haben ein bisschen Fasern. Wichtig wäre für mich heute, Bolas herzustellen. Dass wir uns auch irgendwie mal einen Parasaurier oder sowas zähmen können, der in der kleinen Gegend rumrennt. Dafür brauchen wir Stein. Fasern haben wir genug. Das heißt, wir brauchen Stein und meine Absicherung Leder. Stein, Leder und Holz. Ihr zwei bleibt hier, würde ich sagen. Ich gucke mal kurz, was ich noch alles eingelagert habe. Passt soweit Stein, Leder und Holz. Das tue ich jetzt alles mal hier rein, Leute. Die Fackel brauchen wir offensichtlich im Moment nicht. Ich weiß nicht, ob es hier jemals dunkel werden wird. Ob das so ein Tageszyklus ist wie auf Operation, dass du plötzlich drei Tage dunkel hast. So, dann würde ich fast behaupten, wir gehen uns kurz den Wasserschlauch füllen, besorgen uns Stein. Den können wir sammeln. Stein, Holz holen wir uns unten. Leder ist jetzt so eine Geschichte. Wir bräuchten wieder zwei, drei kleine Tiere. Und dann können wir anfangen, uns hier ein bisschen einzuspiken. So, die sammle ich alle ein, die Steine. Das passt schon mal. Wasser kriegen wir ja unten am Brunnen. Deswegen haben wir die Ecke ja genommen. Kristall brauche ich im Moment offensichtlich noch nicht. Lass mich mal kurz was gucken. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit irgendwas falsch mache. Wir haben die Textsachen. Extinction. Ach, guck an. Siehst du, das habe ich nämlich jetzt gerade eben. Small Taxidermy Base. Keine Ahnung, Leute. Was ist das hier? Ein Tool. Used to capture the damage of a death creature. Ah, da kannst du irgendwas abschaben. Oh, das sollte mal freischalten, würde ich sagen. Small place harvested damage to show off your prowess. Tja, da kommt mein Englisch wieder zu tragen, Leute. Das ist einfach nicht das Beste. Kann ich das bauen? Vor allem, wo baue man sowas? Ist das jetzt hier? Hier ist es drin, ne? Holz und Stroh. Komm, wir bauen das mal. Dann sehen wir schon mal, was das kann. Habe ich nämlich nicht gerade gedacht, so im Moment, wo ich hier mit den Engrammen rummeier. Klar, musst du erst mal sichtbar schalten. Sonst findest du die Hälfte nicht. Was hat das nochmal gebraucht? Ganz viel Stroh war das doch jetzt, oder? Und Holz. Ja, dann machen wir doch Stroh und Holz. 100 Stroh, 50 Holz. Das probieren wir jetzt. Und dann gucke ich mir das mal an, was das kann. Und hier ist auf jeden Fall schon mal der Strohbaum für diese Runde. Können wir eigentlich gleich ein bisschen mehr mitnehmen. Ich hacke den mal komplett runter. Wir brauchen ja Stroh oben sowieso noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, zum nächsten Baum gehen wir dann mit dem Tool. Bist du ein Baum? Ne, du bist kein Baum. Aber du bist ein Baum. So, Leute. Und wenn ich jetzt reingehe ins Engrammen-Menü, beziehungsweise hier. Mal gespannt. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo draufbauen muss oder so. Ich gucke es mir jetzt mal an. Zur Not habe ich es umsonst erst mal. Ja, das ist irgendwas, Leute. Das sieht aus, als ob ich da was herstelle. Place Taxidermy Base. Gehe ich jetzt direkt hoch. Da gehe ich jetzt direkt nochmal hoch ohne Wasser und alles. Dann können wir auch den Stein gleich einlagern. Ah, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass das immer eingeblendet ist. Sonst verpasse ich die ganzen Engramme nämlich von dem Extinction. Extinction. So, meine Lieben. Seid ihr da, habe ich euch zugeschaltet. Herzlichen Dank auch nochmal fürs Zuschauen der letzten Folge, Leute. Ich freue mich tierisch, dass mal wieder ein paar Leute hier zusammen sind. Das kann einfach nur gut werden. So, pass auf. Ich setze das jetzt mal hier hin. Noobmäßig, wie ich bin, ohne zu wissen, was ich eigentlich tue. So. Eigentümer. Ich öffne es mal. Super. Da ergibt sich mir doch... Place a harvested Demis to show off your promise. Irgendwas müssen wir da reinlegen. Ich weiß es nicht, was es ist. Es könnte auch ein Altar sein oder ein Schrein, wo man einfach irgendwas reinlegt, was man erreicht hat. Ich hoffe, wir locken damit jetzt nichts Falsches hier an. So, weiter geht's. Bolas. Was fehlt mir für Bolas? Ich will tatsächlich Bolas bauen heute. Fasern. Fasern haben wir hier drin. Das kann sein. Ich kann schon drei Bolas bauen. Zwei. Besser wie nichts. Falls wir ein Paras sehen, können wir jetzt schon mal agieren. So, meine Lieben. Sehr schöne Geschichte. Weiter geht's. Das Wasser müssen wir jetzt holen. Dann suchen wir uns kleine Tiere. Leder und Fleisch. Du brauchst Fleisch, bevor du wegrennst. Aber du hast Fleisch dabei. Das musst du halt sagen, Digga. Das rieche ich ja nicht. So. Weiter geht's. Schöne Geschichte bis jetzt. Hier waren eigentlich immer diese komischen Ameisen. Bin schon am überlegen, ob ich da geschwindene Foundation hinsetze, dass die zukünftig wegbleiben. Ich gehe jetzt erstmal kurz Wasser holen, Leute. La, 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 la. Und da brauchen wir Leder. Und zwar eine ganze Menge. Sag mal, vielleicht sollte man nochmal vorgehen an den Platz, wo der Kano war. Und beobachten, ob diese Tech-Tiere Fleischfresser angreifen. Nehmen wir alles mit. Wo war denn der Brunnen? Da vorne rechts, glaube ich. Okay. Hier gehen wir durch. Fasern waren genug oben. Bären brauchen wir erstmal keine. Fleisch und Leder. Daran liegt es. Den Rest kriegen wir nämlich hier als Ressource ziemlich schnell geschnappt. So, meine Lieben. Wasser haben wir. Wir wissen ungefähr, wo wir hin müssen. Jetzt käme es drauf an, Leder zu finden. Das wollte ich auch noch probieren. Guck mal, welch Zufall. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich die Drohne hier nicht so toll finden, wenn ich den jetzt mache, oder? So, wir müssen es mal probieren. Ich bin jetzt auf jeden Fall... Ich mache die jetzt einfach mal, wir werden es sehen. So. Die Drohne, die juckt es nicht. Die ist entweder zu weit weg, oder sie juckt es einfach nicht. Ich harveste ihn jetzt erstmal ab. Das war jetzt Leder für drei Spikes. Das ist halt echt nicht viel. Wer ist denn er hier? Ach, ein Trike ist das. Das sah kurz so aus. Ich habe die Hörner nicht gesehen. So. Willst du noch mehr Steine einsammeln gleich? Ich höre dich, Drohne. Aber die ist... ...nicht aggressiv auf uns jetzt, ne? So, Leute. Alles klar, ne? Gefällt mir gut. Guck mal hier, die sollten wir jetzt auch abbauen, oder? Ab und zu mal. Da kriegt man ja auch mal ein bisschen Material raus, habt ihr gesagt. Da nehmen wir dann natürlich schon mal was mit. So. Kristall, Element und Elektronik. So, natürlich nicht allzu viel. Ich bin immer gleich überladen. Wir müssen erst noch ein bisschen skillen. Und immer mal draufhauen. Seit neuestem hier irgendwelche Sachen abbauen kannst. Da hinten sieht es aus wie ein Obelisk. Da gehen wir mal ganz kurz hingucken. Hier ist momentan eine recht friedliche Ecke hier drin, ne? Ich glaube, dass hier auch gar nicht allzu viel passiert. Ich will das alles mal abfliegen. Oh. Jetzt flackert es hier. 35 Grad. Ist im Alter natürlich zu heiß, ne? Ah, ich dachte gerade, das wäre irgendwas hier. Ne. Und der da? Der sieht aber aus, als ob ich mit dem was... City Terminal. Oh. Ah. Pass mal auf. Überlebenden hochladen. Arc Items Lot 050. Jetzt dachte ich gerade, ich muss das da rein... Ah, das ist Tribut, klar. Arc Daten, Arc Kreaturen. Und Tribut. Das heißt, ich muss das hier reinlegen. Und dann kann ich mich zum Boss beschwören, wahrscheinlich. Alles klärle. City Portal. Und der hier? Der ist nix. Ah, dann haben wir sogar ein City Portal in der Nähe. Das sieht auch aus wie ein Altar, ein großer hier. Guck mal. War nur ein Blumenkasten. Da vorne ist irgendwie ein bisschen mehr los. So eine Schildkröte. Wir brauchen jetzt halt ein bisschen Leder noch, Leute. Ich würde auch einen Kombi nehmen. Den kriegen wir nicht so schnell platt. Der rennt dann über das ganze Feld. Oder irgendein Tier. Ein Raptor wäre halt eine geile Geschichte, mit dem ich dann ein bisschen was reißen kann auch. Da vorne rennt eine Kuh. Wir sollten mal gucken. Ich sollte mit Sicherheit mehr Bolas bauen, so wie ich die ganze Sache einschätze. Brauche ich mal nochmal Fasern. Wenn wir jetzt nochmal Fasern holen, kann ich nochmal zwei Bolas bauen. Komm, dann machen wir das mal eben. Schön Fasern sammeln, Alter. Das machst du gut. So, pass auf. Back. Wir haben jetzt insgesamt zwei Bolas. Die lege ich uns auf die fünf. Und wir bauen uns drei, vier, fünf Bolas. Die müssten reichen. Parasaurier, dass wir was bewegen können und farmen können. Oder tatsächlich ein Raptor. Okay, die kämpfen natürlich... Guck mal, die kämpfen gegen Fly-Eff-Pflanzenfresser. Also die sind offensichtlich gegen Tiere. Ich habe was gehört. Das ist das Tier da hinten. Hier sieht es erstmal unspektakulär aus. Okay. Zumindest wissen wir, dass wir da hinten daheim sind. Das finde ich eigentlich recht gut wieder, denke ich. Da ist wieder eins von denen. Tja, Leute. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Leder kriegen. Sonst fühle ich mich nicht wohl, wenn ich nicht eingespiked bin da oben. Schmiede will ich bauen. Es ist so geil hier rumzulaufen. Das macht so Laune. So. Hier ist irgendwie noch nicht wirklich viel los. Vielleicht sollte ich mal vor die Stadttore gehen. Überall sind vereinzelt Tiere. Aber immer irgendwelche, die schnell wegfliegen. Oder die nicht einfach so umzustoßen sind. Manchmal zuckt es kurz. Das baue ich auch. Das habe ich jetzt bei Ragnarok gar nicht. Aber manchmal lädt es hier. So einen ganz kurzen Ladezucker macht es dann. Hier laufen wir jetzt mal rund. Da oben ist es bestimmt auch wunderschön. Vielleicht ziehe ich ja nochmal um vorher. Komm, wir laufen mal da hoch. Das will ich jetzt sehen, Leute. Wenn wir da heil hochkommen. Ich nehme schon mal... Ich traue nicht. Ich habe das Gefühl, durch den kleinen Tod, dass der einfach nur stinkig war mit uns. Weil ich eine Waffe gehabt habe. Wir laufen mal dahinter. Vielleicht kommen wir da irgendwie hoch. Wahnsinn. Du musst aber hier auf die Erde gucken, wegen den Viechern. Wo wir das Wasser hier runter plätschern. Gehen wir mal da hoch. Das sind überall so Plattformen. Okay, aber hier ist scheinbar jetzt... 4 Uhr 30. Wieso macht es das Geräusch jetzt? Hat da jemand eine Ahnung, warum es das Geräusch macht? Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass die jetzt aggressiv... Guck mal, da unten hat es ein Kombi. Und eine Libelle. Ne, das ist nur eine Libelle. Aber da ist der Typ... Ich glaube, wenn ich jetzt die Viecher angreife, wird er sich einmischen. Ich laufe mal dahinter. Den könnten wir natürlich auch ziehen, so einen. Er ist schon der Hammer, irgendwie. Aber auf diese Plattform einfach mal geschwind so hinzukommen, ist nicht, ne? So, Leute. Dich habe ich gehört, mein Freund. Und auf dich bin ich jetzt auch ganz scharf. Bis jetzt ist noch nichts böse mit uns. So. Sehr schön. Oh, Tech-Stego, Leute. Guck mal. Und gleich schon wieder abklingt. Und komplett weg vom Kurs, den ich eigentlich machen wollte. Ich will den nur angucken. Ich will den nur anschauen. Hier sind wir beim kleinen See, ne? Ja, schöne Geschichte. Wollte ich jetzt schon genauer sehen. Ja, war man nämlich auch schon hier drüben. Gucken wir mal kurz nach seinem Level. 43er. Ja. Ein bisschen schöner. Ist natürlich die Frage, sind Tech-Tiere, werden die verschont von den, werden die vielleicht verschont tatsächlich von diesen Tech-Tieren, von diesen anderen? Ihr wisst schon, diese Druiden-Typen da. Ich weiß es nicht. Aber das Fountier, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass der mich wieder kriegt, ne? Sonst haben wir die gleiche Folge wie die erste. Okay, Metall und so, das gibt es hier. Da brauchen wir natürlich später dann auch noch irgendein entsprechender Tier, wo uns da hilft, ein bisschen farmen. Noch ein, zwei Dodos, wenn ich wäre glücklich. Und dann geht es weiter, ne? Wie weit sind wir eigentlich vom Level? 13. Wann kommt denn die Schmiede? Die müsste doch demnächst hier kommen, Leute. Vielleicht ist die auch schon da und ich habe sie übersehen. Ich erkenne das Symbol gerade. Guck mal, das musst du jetzt jedes Mal reinklicken hier. Mit 16 kommt hier erst was. Und dieses Tool wollte ich eigentlich auch noch bauen, ne? Aberration brauchen wir, glaube ich, nicht. So würde ich sagen. Lass mich gucken. Schuhe schlappen. Ich muss kurz mal gegen... Das war so geschrieben. Hier mit Level 20, Leute. Mit 20 erst. Guck mal, jetzt habe ich ein Werkzeug. Welches Level hast du? So sehe ich dein Level nicht, Alter. Ach, Level 8. Und du? Oh nein, das sind schon wieder die Ellemeise. Das sind schon wieder diese Soldatendrohnen-Typen. Hier sind Libellen. Die lasse ich alle stehen. Ich renne einfach mal durch. Trink was. Ich habe Wasser dabei. So. Sieht im Moment nicht so aus, als ob uns was verfolgt. Also, Leute. Dann gucken wir mal, dass wir noch irgendwo ein Dodule finden. Hier ist auch schön. Aber schattig, ne? Ey, geil, 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 geil. Tapichara ist hier. Da musst du ja nicht mal suchen. Sind die einfach hier. Guck dir das an. Guck dir das an. Phänomenal. So, jetzt gucken wir mal, was das da hinten noch ist. Jo, ja, ist nur erschrocken. Ich mache dir ja nichts. Die können wir nicht sehen. Da habe ich noch nicht das Zehnfutter für die. Weder Kibbel, noch das Fleisch. Da hinten ist es auch schön. Mit dem Wäldchen, Leute. Wollen wir mal da hinlaufen? Ja, wir haben ja noch Zeit. Wir können ja... Guck mal, eine Schnecke. Eine Fnecke. Gibt die eigentlich Leder, wenn ich die mache? Ich müsste es fast probieren. Jetzt nimmt sie gar kein Damage. Bück dich mal so hin. So geht es nicht. Und da musst du warten. Oje, das dauert wahrscheinlich eine Ewigkeit. Aber unsere haben auch nicht so viel Leben gehabt. Die müsste eigentlich recht schnell... Ich traue dem nicht, Leute. Ich traue den Techdingern dann nicht. Ohne Witz. So, jetzt kriegst du noch mal eine auf die Banesel. Hammer, oder? Wie stabil die ist. Ey, da hinten... Also überall da, wo es so hell ist, Leute. Da müsste man echt mal hingucken. Das kann sein, dass es da viel schöner ist. Ach komm, lass gut sein. Das braucht ewig, bis wir die haben. Ich suche mir lieber noch ein Dodo. Da will ich mal reingucken. Das sieht aus wie so ein kleiner Hain da hinten drin. Könnte eine schöne Stelle sein. Da müssen wir mal gucken. Und was wir noch rausfinden müssen, ist... ...ob die angreifen, wenn ich eine Waffe in der Hand habe. Das haben wir noch nicht gemacht. Irgendwas hat die ja böse gemacht, die Tage. Also schön. Jetzt bin ich schon fast der Meinung, wir sollten auf der anderen Seite mal rausgucken ins Ödland, wie es da aussieht. Da ist wieder so ein Stadtterminal. Wir sind aber doch auf der anderen Seite, oder? Ach nee, ich bin im Kreis gelaufen. Kommt wieder meine Orientierung raus. So Leute, komm, wir gehen kurz heim, das Zeug verbauen. Falls wir noch mal sterben, dann verlieren wir nicht so viel. Noch mal Wasser holen und gut ist. Es sind fast keine kleinen Tiere hier, ne? Was fehlt denn jetzt schon? Wie junger hat der oft Durst, Leute? Wahnsinn, oder? Durst und Hunger ohne Ende, der Gute. Schöner Hirsch. Ein schöner Hirsch. Komm, lass dich umarmen. Was ein schöner Hirsch. Jetzt testen wir das. Ich habe eine Waffe gezogen. Wird er es gut finden oder nicht? Wir trinken natürlich hier Schlückel vorher. So, Alterle. Nee, das muss mit dem Affe zusammenkangen haben gestern. Den juckt es nicht, dass ich eine Waffe habe. Dann liegt es an den Tieren. Dann machen die die Tiere. Blatt, die man hat, Leute. Da muss man echt aufpassen. Und erstmal richtig auf starke Tiere gehen halt, ne? Vorne läuft wieder einer von denen. Was ist denn hier eigentlich unter der Brücke? Hier oben drüber sind wir, glaube ich, ne? Okay, hier ist einfach nur der Pfad. Da hinten läuft irgendwas. Das ist ein Archeopteryx, ne? Da habe ich jetzt kein Schittin zum Zähmen. Und ich weiß nicht genau, wie lange ich da reinboxen muss. Der rennt ja wie ein Teufel. Okay. Das ist auch eine schöne Stelle hier, oder? Mit dem Glas. Jetzt pass auf. Wir machen mal ganz kurz einen Zwischenstopp. Zwischenstopp. Ich probiere mein Glück. Ja, ich weiß. Die ist nicht so viel. Aber dein Leder wäre halt cool. Ja, wir haben den. Ah, der ist nur Level 16. Gut. Ne, Alterle. Mit Werkzeug, bitte. Okay. Bist du der Achter? Ne, ein 40er. Also, Leute. Probieren wir unser Glück. Probieren wir unser Glück. Weil... Ding habe ich. Einmal. Ich gebe dem auch keinen Namen, Leute. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir die nicht lang haben werden erst mal. Fliegst du um? Die Gefahr besteht halt natürlich, dass ich den mit der Steinschleuder töte, ne? Jo, ich sehe schon. Der wird uns wahrscheinlich drauf gehen. Da müsste ich ihn wahrscheinlich mit der Hand boxen. Ist er tot, ne? Aber egal. Dann haben wir wenigstens Leder. Okay. Also, den werde ich das nächste Mal mit der Hand boxen. Aber wir haben ja auch bald 10 Pfeile. Das geht ja nicht mehr ewig, ne? So, Alterle. Jetzt hast du auf jeden Fall schon mal ein bisschen was besorgt. Lass mich mal kurz reingucken. Wie viel Leder hast du geholt? How much? Leder. 226. Sehr gut. Wir brauchen von den Spikes jede Menge. Ich habe da voll Bock. Ich baue am besten mal eins. Weil Holz fehlt. Es fehlt Holz. Alles klar. Dann holen wir gleich noch ein bisschen Holz mit. Bevor wir hochgehen. Den nächsten müssen wir anders zählen. Ne, lass dir. Jetzt hast du genug Zeit. So, meine Lieben. Ja, jetzt hätten wir noch ein bisschen Holz mit, solange wir tragen können. Und dann geht es nach oben. Komm, hör auf. Sonst bist du zu langsam. Okay. Nichts war es mit dem Para. Aber es ist halt auch mit den Dingen machst du halt unheimlich viel Schaden, ne? Hätte ich mit den Fäusten vielleicht machen sollen besser. Oder mit dem Knüppel. Kann natürlich auch sein. Hier wird es überhaupt nicht dunkel, Leute. Bis jetzt Tag 3. Ich habe noch nicht einmal dunkel gehabt hier. Was mir aber recht ist, ich spiele lieber im Hellen. Ja, jetzt hast du schon wieder Durst. Also das geht runter wie nix, Leute. Guck uns schon einmal so das erste Stückchen. Den ersten Moment der Heimat hier im Gefühl, Leute. Erster und unser Äffle. Ich höre schon wieder Geräusche. Die hast du gemacht, gell? Ich kenne dich nämlich noch nicht so gut. So, meine Lieben, süßen Zuckerschnuten. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, was Neues dazugekommen ist. Dann mache ich das wieder rein. Das kann ich doch so locken, ne? Dann passt es doch. So, pass auf. Gehen wir mal ganz kurz runter. Wo stehen wir denn? Hier sind wir jetzt praktisch angekommen. Da haben wir hier einen Sattel bekommen. Halt jede Menge Bauzeugs. Kriegstrommeln, ich die Sattel, Leitern und so ist erstmal unwichtig. Den Holzkäfig brauchen wir jetzt auch nicht. Holzpfeiler ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich warte bis Stein kommt. Die können wir freischalten, dass wir mal was freigeschalten haben wieder. Die brauchen wir früher oder später bestimmt. Und dieses Tool, mit dem können wir eine Kreatur, die diese Verderbung hat und tot ist, die können wir dann ausschaben oder sowas, ne? Trainingspuppe brauchen wir auch nicht unbedingt. Der Kompass ist mir erstmal im Moment wurscht. Fernglas will ich nachher unser Spikeless wieder. Sattel, Strohzeugs und eben hier die ganzen Mod-Teile. Das war es eigentlich, Leute. Dann können wir unser Fleisch hier rausnehmen. Dann nehmen wir unser Fleisch. Die Hälfte nehme ich mal raus. Die andere Hälfte bleibt hier drin. Dann können wir das Feuer ausmachen, weil es im Moment ja eh nichts tut. Gut, machen wir mal ein bisschen rüber. Pass mal auf, ich mache das so. Dann würde ich sagen, das machen wir rüber. Dann ist das auch aufgehoben. Okay, dann könnten wir uns jetzt theoretisch den Bogen basteln. Dafür brauchen wir noch was. Fasern und die haben wir eigentlich. Machen wir uns schon mal den Bogen. Das ersetzt für mich erstmal die Steinschleuder. Und Fasern, Feuerstein und Stroh für die Steinpfeile. Würde ich fast sagen, wir gönnen uns eine Huni, wenn wir das können. 27, besser als nix. Okay, erstmal den Bogen da unten drauf. Pfeile drauf, dann haben wir das schon mal erledigt. Die Steinschleuder kann zur Not schon mal hier hin. So, mein Freund, du bist hier der Wertvolle. Dir gebe ich mal jetzt diese Ressourcen, die ich so besonders finde. Elektronik auch. Die Pfeile haben wir jetzt im Inventar. Das passt soweit. Und für die Herstellung von diesen Dingern. Zehn Stück. 40, 80, 160. Das heißt, ich kann wahrscheinlich vier Spikes herstellen. Zwei. Sind das die richtigen, was du machst? Ne, jetzt hast du die gemacht, wo du nicht abbauen kannst. Aber ist nicht so schlimm. So, meine Lieben. Ja, es gehört sogar ein bisschen Gemütlichkeit ein. Es wird natürlich alles noch richtig Action geben, wenn wir rausgehen. Ich will jetzt auch nicht mehr viel machen heute. Sondern da vorne nochmal rausgucken. Ins Ödland. Das würde mich jetzt am meisten gerade interessieren. Und was für mich ganz wichtig ist. Wir müssen hier eigentlich in erster Linie von dem, was wir bisher kennen, hier vorne zuspiken. Weil wenn was hochkommt, kommt es wahrscheinlich hier hoch. So, machen wir kurz K, dass ich sehe, welche Größenordnung das Ding hier macht. Ja, so würde ich sagen. Schon hier am Rand. So. Ist einfach nur so, fühle ich mich sicherer, ne? Snappt das nicht normalerweise? Ich glaube, die nicht. Die S plus haben gesnappt, oder? Dann macht doch hier an der Seite noch einen hin. Müssen wir auch mal gucken, ob ich mir hier noch ein Tor hinbauen will, oder so. Weiß ich nicht. So. Dann werden wir natürlich noch mehrere bauen, dass hier ein kleiner Zugang ist. Und dann ist gut. Dann haben wir so ein bisschen eine Front, auf jeden Fall. Und es kann nicht alles hoch. Dauert natürlich ein bisschen. So, ich stärke uns nochmal kurz, Leute. Dann will ich draußen ums Eck gucken. Vielleicht gibt es ja direkt vor den Stadttoren irgendwelche besonderen Tiere, mit denen wir was anfangen können. Wir haben Bolas, wir haben 10 Pfeile, ne, haben wir nicht. Aber wir haben die Steinschleuder. Ey, wir haben echt nicht viel, Leute. Das ist so geil am Anfang immer, oder? Pass auf, muss irgendwas hierbleiben? Wenn, dann würde ich sagen, Holzstrom, so Geschichten, das lassen wir hier. Nach Möglichkeit, ich gehe hier einmal durch. So. Fleisch können wir eigentlich wieder nachbauen. Dann würde ich doch sagen, ich nehme Holz mit auf dem Rückweg. Feuer machen wir wieder an. Fleisch hau mal dazu. Und du kannst die ganzen Bären nehmen, dass du auch was trägst. Hast du eh schon, siehste. Bam, bam, bam. Ein paar Ramm. Und jetzt bräuchte ich nur noch minimal Platz für die Sachen. Dann gehen wir nämlich so leer wie möglich los heute. Okay. Alles soweit aufgehoben, Leute. Ich würde sagen, gucken wir vor die Stadttore. Ich bin tierisch gespannt. Essen, trinken. Gut, ich brauche nochmal was zum Trinken. Das holen wir uns eben. Und dann schauen wir da nochmal ein paar Minuten vor die Tür. Vielleicht gibt es ja da Raptoren. Weil hier ist jetzt echt nicht viel los. Ich hole uns kurz Wasser. Und dann schlappen wir gemütlich vor. Ist eine ruhige Ecke gerade hier, ne? Komisch. Ich habe ja gedacht, weil wir die Spawnrate von den Dinos erst hochgeschraubt haben, dass hier mehr los ist, ne? Aber bis jetzt geht es. Dir traue ich nicht. Kannst du machen, was du willst. Ich werde dir nie vertrauen. Gar nie. So. Da wäre das auch mal geklärt. Tapichara-Ei. Wie süß. So kleines Ei machen die. Okay. Du holst schon mal den Speer raus. Wegen den Ameisen. Alles klar, Leute. Wir haben halt jetzt immer noch kein Reitier. Kommt aber. Und sobald fleischmäßig bei uns alles da ist, was wir brauchen, holen wir uns natürlich auch einen Flugsaurier. Dann können wir hier so ein bisschen die Stadt erkunden, rumsausen. Jetzt gehen wir mal vor die Tore geschwind. Da vorne ist halt schon mehr Action. Vielleicht sind die aber tatsächlich auch die Stadtwächter und gucken, dass durch die Tore nicht so viel reinkommt, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass da vorne richtig knallt, gleich wenn wir ums Eck sind. So, jetzt gucken wir mal aber vor allem. Von 35 Grad verändert sich jetzt hier erstmal. Ich liebe das Ödland, Leute. Das ist schon so meins. Guck mal, da hat es ganz viele von den Wächtern. Das ist so ein bisschen wie eine Front hier, ne? Ich gucke noch mal. 23 Grad. Also hier ist es angenehmer wie drin. Für unseren Alterle. Die Stadt kocht offensichtlich. Ja, die laufen hier Patrouille. Ich bin gespannt, was wir hier gleich sehen. Bin ich ums Ecklinz. Ja, guck dir das an. Das ist doch wunderschön, oder? Wahnsinn. Hier vorne ist irgendwie so ein verderbtes Viech, glaube ich. Da hat es auch eine Schlange. Guck mal den Stego an. Der kämpft da gegen die Schlange. Und der hat so eine Verderbung auf sich drauf, ne? Okay, dann probieren die hier praktisch die Stellung zu halten. Zum Glück war das kein Elementar. Leute, ist das cool gemacht. Was liegt denn da? Da ist auch so Effle. Aber Effle haben wir ja jetzt schon. Guck mal, das hier sieht auch irgendwie komisch aus. Machen wir den Speer weg. Guck mal, was da kommt, wenn du das machst. Nö, ist einfach nur eine Pflanze. So ein ganz kleines bisschen hier, was erkunden, ist schon nicht schlecht, oder? Fasern und so, alles normal. Nichts Außergewöhnliches. Komm, da kommst du ja hoch, Alter. Ich kenne dich. Du hast zwar kürzere Beine, wie er fragt, Narok. Aber das geht schon. Boah, da hinten der Rex, Leute. Der ist auch verdorben. Und ich glaube, die kann man auch nicht zähmen, richtig? Die Verderbnis verbietet, glaube ich, das Zähmen. Irgend so was habe ich gelesen. Ey, ist gut was los, Leute. Da will ich jetzt aber auch nicht gerade zwischendrin sein. Das war bestimmt... Oh, Servusle, grüß dich. Aber du bindest mich mobil. Da komme ich nicht wirklich weiter, ne? Schildkröte. Wieso glitzerten die so? Die sind schon richtig schön geworden zum Teil, gell? Der Rex, ich weiß auch nicht, wie lange es dauert, besonders hier vorne wäre ein Parasaurier. Vielleicht kriegen wir den. Ich hätte mich um den Sattel kümmern sollen, glaube ich, ne? Der ist sehr nah am Rex. Das wäre nicht ganz so witzig. Was? Hier ist es zu heiß. Oh, jetzt brennt er, unser Alterle. Okay, wir müssen hier im Schatten bleiben. Und hier wird es wieder heiß. Und hier ist es wieder weg. Okay. Das heißt, sobald ich hier... Was haben wir denn jetzt? Gleich 12 Uhr. Jetzt müsste es wieder heiß werden. Ne. Es liegt also nicht daran, wo das Licht hinfällt, sondern wie nah du da rangehst an dieses Verderbnis. Also brauchst du Ausrüstung, wenn du da raus willst, oder? Guck mal, hier haben wir es schon wieder. Und hier hört es wieder auf. Also sind die... In Stego. Dann ist es doch sehr heiß da draußen. Okay, du musst sofort wieder an den Rand der Stadt zurück. Höhö! Dilofo! Ein Dilofo-Mofo! Du müsstest doch jetzt gleich durchs Gebüsch hier kommen, oder? Boah, bin ich jetzt erschrocken. Der Sack. Weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen. Ist das ein Zweiter schon oder der Erste noch? Wir haben keinen Stein mehr. Wir haben keinen Stein mehr, Leute. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Ich habe jetzt nämlich eigentlich gedacht, dass ich hier irgendwo rechts reinkomme. Ist aber nicht so. Das war weiter vorne, glaube ich. Wir gehen zurück, Leute. Ich bringe uns in Sicherheit. Morgen geht es hier weiter. Ziel ist natürlich immer noch, einen reitbaren Untersatz zu finden. Laufen ja genug rum. Man darf nicht zu wählerisch sein. Das schnappen wir uns dann morgen, würde ich sagen. Dann schauen wir, dass wir noch das ein oder andere Spikele aufgebaut kriegen. Inventar ist gerade recht leer. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Holz und Stroh mit. Können wir oben einlagern. Und dann geht es morgen ganz gemütlich und genüsslich hier weiter, würde ich sagen. Natürlich. Passen wir jetzt auf, wenn der jetzt gleich nochmal kommt hier. Ich weiß nicht, ob der nochmal... Pilzholz, Leute. Oh oh. Die mag das nicht, wenn ich hier ernten gehe. Ich gehe weg. Die war gerade rot. Oh, die ist rot, Leute. Das heißt, die mag nicht, wenn man Ressourcen abbaut. Jetzt muss ich aber aufpassen, ob die die anderen Tech-Dinger da zusammenrufen, weil dann sterben wir. Da ist er. Der hat uns... Du drohst zu verdursten. Ja, ist klar. Müssen wir wieder Wasser holen. Okay, die hat uns aber nichts auf den Hals geketzt. Ich muss Wasser holen, Leute. Gut, es ergibt sich so... Boah, ist das übel. Es ergibt sich so langsam, ne? Die Drohne war jetzt sauer. Ich habe ja nichts gemacht, außer... Abgebaut. Ich nehme mal an, dass die Ressourcen... Beschützt. Und dass die anderen Tiere... Aussortieren, wer hier leben darf und wer nicht. Archäopteryx, du bist mir jetzt gerade ein bisschen egal. Ich muss ans Wasser. Wird Zeit, dass wir uns um Wasser kümmern. Wir brauchen das Glaszeug, Leute. Hunger. Aber essen kannst du doch, oder? Guck mal, da vorne war doch dein Brunnen. Du hast gleich geschafft. Das schaffst du schon, Alter. Sehr interessant. Also man lernt jetzt natürlich mit jeder Folge was dazu. Wir gucken, dass wir uns da oben einkesseln. Ich finde das Plätzle ganz gut. Wir sind nah an dem großen Tor. Da werden wir uns immer weiter rauswagen. Und sobald wir ein bisschen mobil unterwegs sind, gehen wir natürlich die Stadt von innen einmal in den Kreis ziehen. Das, was wir mal gesehen haben. Falls es ein schöneres Plätzchen gibt, ziehen wir um. Wenn nicht, machen wir einfach da oben so lange weiter, bis wir raus können und stark genug sind. Aber im Moment sind wir erstmal alles andere mit unserem Wasserschläuchle. Trink dich schön satt, isst, bring ich da alle alle hoch. Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Was haben wir denn jetzt? Müssen wir mal gucken. Bis Sonntag auf jeden Fall um 20 Uhr die Folgen. Ab nächste Woche dann wie angekündigt. Immer dienstags, donnerstags, samstags, sonntags. Und wenn ich Zeit finde, Zusatzfolgen. Immer schön im Uploadplan schauen, da seid ihr bestens informiert. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dann, meine Lieben.